Eigentlich wollte mein Vater Cäsar, dass ich sein Grillrestaurant in Ecuador übernehme. Aber ich ging nach Deutschland und wurde Vegetarier. Seitdem haben wir nicht mehr viel miteinander geredet. Zwölf Jahre später rief er mich an. Sein Grill stand vor der Pleite. Der Spurland-Bettig 600 Euro war den Manny. Die Menschen werden mit ihr abwechert. Die Feuer werden mit dem Boden verwechert. Wie die Krise endet der Restaurant. Betty, das ist so entwärt. Ich glaube nicht von dem Telefonn nicht zu sprechen... Ich wusste nicht, hat das Wort alles zu sprechen. Ich weiß nicht, wie sie ihn mit ihm sprechen kann. Y eso si, no te puedo ayudar porque yo fracasé. Nunca pude hacerlo hablar. Chévere. Te quiero mucho. ¿Ya ves? Todo se, se arregla. Untertitelung des ZDF für funk, 2017